Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin manchmal sehr, sehr, sehr einsam. Den ganzen Tag da hinhocken und nichts machen. So ein Typ bin ich nicht. Ich muss mich irgendwie beschäftigen. Ich habe die Maschine. Kann ich nicht abstreichen? Ich muss mich wieder. Ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe und genug zum Essen habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe und genug zum Essen habe. Berlin 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 Untertitelung des ZDF, 2020